ja hallo freunde grüß euch ja um was geht es geht um das erste hilfe set was ich dabei habe also wir haben jetzt ein paar angesprochen und angeschrieben der letzte war da was nachgefragt hat was habe ich für erste hilfe set dabei zeige ich natürlich sehr gern her muss gleich dazu erwähnen das erste hilfe set ist auf mich und auf meine gegend angepasst also ihr wisst wo ich immer dumm bin ich bin nicht in dschibuti oder in deep street ich bin in meiner gegend unterwegs da bin ich spätestens mit dem auto in einer stunde daheim also soviel dazu dass nicht manche glauben weiß gut wo sie mit sagen muss mache ich auch nicht ich sage dazu ich habe zwei verbandspacken mit nämlich einmal das der donker und einmal das von helikontex jetzt wird sich sagen ich täte dafür was zwei reicht nicht eins ja schon eins reicht schon und zwar das größere weil meistens irgendwo aus dem rucksack dabei meistens ich sehe mit rotem kreuz aufzeichnen dass man es findet falls mir einer helfen muss aber das kleine schaut euch das einmal an das ist ein zwutschgerl das ist nicht dick das hat kein gewicht und genau in denen habe ich nämlich nur ein paar pflaster drin da sind wirklich nur pflaster drin oder schön eingebaut in plastik also steril quasi alle möglichen pflasterl von fingerpflaster über diese komischen da ohne wundauflogen sind die wirklich einfach nur drüber oder eben auf der anderen seite habe ich noch größere dann auch noch zum zuschneiden falls größere verletzungen sind und ja wie gesagt fingerpflaster normale pflaster die habe ich eigentlich alle da herin weil sind wir uns ehrlich was passiert uns denn zu 99 prozent schneiden wir sie irgendwo einem im mess oder was da reichen eigentlich die pflaster und die habe ich mir relativ rasch am mann und mit dem schönen logo drauf ist das auch für jeden anderen neu ersichtlich hängt irgendwann rucksack auf der seite auch wo sofort zugänglich weil wann braucht man zu 39 prozent ein pflaster und das ja das ist glaube ich von helikontext ja ich schreibe das alles in die beschreibung und deine so dann habe ich noch mit der tonka set dabei und wundert sich nicht da ist auch nicht weiß gut was drin da habe ich auch noch mal ein paar pflaster also eins ohne wundauflogen als sicherheitsnabel ein kopfepulver zuerst waren es zwei zuerst habe ich schon eins genommen weil ein bisschen die ein bisschen pflaster da noch herrin auf alle fälle dann habe ich da ein kompresser noch herrin einfach so ein verband zum einwickeln und das war schon fast quasi gewesen und dann habe ich noch diese israeli binde also israeli bandage nennt sich das die gibt es in alle möglichen grässen ich habe die kleine noch da herinnen die passt da da super eine schreibe ich auch unten in die beschreibung oder schaut am amazon israeli bandage gibt es in alle möglichen grässen ich habe noch zwei verschiedene andere grässen auch daheim wenn ich weiß es geht vielleicht ein bisschen weiter fährt oder so schmeiße so eine große noch dazu also die israeli bandage kommt aus dem bundesherr armee was weiß ich was und die sind schon viel größere wunden ja und somit bin ich eigentlich mit meine erste hüfe packel ausgerüst und brauche auch nicht mehr ich muss dazu sagen ja klar den finger ist gleich geschnitten und wie gesagt da habe ich mein kleines optimal ich hab es zuerst da drin auch noch gehabt nur wenn man natürlich blüht und so bis man das da heraust hat da bin ich da einfach dran weil das kloppe auf zusammen das pflaster außerdem aus dem plastik wirklich drüber und die sache hat es in vollen das hat ja kein gewichtl einen schönen bügel kannst du überall da hängen ja wie gesagt die zwei habe ich dabei immer und das war es auch schon wieder ich sage jetzt noch einmal dazu das ist extra auf mich angepasst und für das wo ich mich aufholt weil meistens bin ich in halben dreiviertel stunden spätestens beim auto also was soll dafür sein okidoki ich hoffe das hat euch ein bisschen was geholfen und in dem sinne sage ich noch einmal man sieht sie tschau freunde